Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Runes of Magic Chapter 5 Fires of Shadowforge Ja, wir kloppen müssen hier noch jede Menge Kleinkram in dem Sümpfen kloppen. Sind halt die üblichen paar Klop-Quests und da werden wir auch jetzt ganz ganz schnell weitermachen. Ich bin gerade am nachdenken, ob ich wieder irgendein, noch ein Thema habe, worüber sich noch weiter philosophieren lässt. Einfach weil ich ja, ja weil das jetzt ziemliche Grint-Arbeit ist, wir müssen jetzt nichts machen, also ohne nur hin und her laufen und immer die gleichen Mobs töten. Ähm, ja. Worüber könnte man jetzt noch reden? Ich habe ja jetzt in der vorherigen Folge schon über Prüfungsangst geredet und über meinen kleinen Ausflug am Wochenende, den natürlich sehr, sehr viele hören wollten, was ich so am Wochenende erlebt habe. Das ist genauso irgendwie, wenn ich andere immer erzählen höre von wegen, was weiß ich, wie die sich schon wieder am Wochenende, ähm, zugekippt haben und dann lachen und sowas alles. Hm. Okay, ich, ähm, trinke auch mal hin und wieder was, aber ich muss es doch nicht wirklich jedem erzählen, dass ich da mich total zugekippt habe und, ähm, am besten noch halbbewusst, dass ich ja nach Hause gekrochen bin. Nein, das habe ich jetzt nicht nötig. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen übertrieben. Diese Einstellung dann zum Alkohol. Höhöhöh, ich war wieder total betrunken. Ja, ist auch eigentlich so. Das ist so meine Meinung dazu. So, wir, Fish-Eis-Sandwich nehmen. Das hält ja gut 15 Minuten. Dann kann ich mich auch immer gut daran orientieren, wenn die Folge vorbei ist. So, die Ruhen lasse ich einfach schon mal links liegen. Zack. Ui, ein Stäbchen. Das heißt, wir sind jetzt noch stärker in der nächsten Zeit. Dann können wir sogar die Krebs alle wahrscheinlich one-hitten mit. Genau. One-hit. Rot-Feder-Strauss nicht, muss ich auch noch one-hitten. Dann habe ich auch alle Federn zusammen. Ey, bleib stehen. So. Blödes Mistvieh. Nicht einfach wegrennen. Das Indirekte geständen ist. Haben wir fertig. Uns fehlen immer noch sieben. Schweinefleisch, Schweinebraten-Party halt. Ähm. Ja, aber ansonsten. Na gut, es gibt halt schon eine Situation, in der man mal gerne erzählt, was man am Wochenende gemacht hat und so. Vor allem, wenn es dann mal was Besonderes war. Na gut, für manche ist es, wie gesagt, auch was Besonderes, sich am Wochenende mal wieder zuzukippen. Ähm, ja, das ist immer so ein Hin und Her, ein Abwägen. Wann ist etwas wirklich sehr, sehr Besonderes und wann nicht. Andererseits, die Leute reden ja sonst auch mittlerweile schon so wenig miteinander. Warum sollte man dann nicht auch über ziemlich sinnfreie Sachen reden dürfen? Hm. Hm, das ist so eine Sache. Frage ich mich, wenn ich mal echt, ähm, wie ich dann wirklich zu stehen sollte. Das ist dann so eine extreme Abwägungssache. Vermischt mit ein bisschen... ...Selbst, ähm, Einschätzung und... ...im Grunde auch... ...Festlegen auf gewisse Taten. Also, dass man einfach sagt, so ist es und nicht anders. Auch wenn es möglicherweise, ähm, gegenbewiesen werden könnte. Solche Sachen gehe ich eigentlich ziemlich ungerne ein, weil dann halt immer die Gefahr besteht, dass es wirklich irgendwann gegenbewiesen wird und man dann sich Fehler eingestehen muss. Andererseits sollte man manchmal auch zu seinen Meinungen und Gedanken gestehen können. Na, und ich, ähm, das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt nicht dazu stehen würde, was ich denke, aber... ...ähm, sagen wir es mal so. Also, ich formuliere Gedanken oftmals sehr, sehr vorsichtig, einfach weil ich schon ziemlich schlechte, oft schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Das sollte meine Gedanken überinterpretieren. Was manchmal schon ziemlich krass sein kann, wie extrem überinterpretiert, ähm, ja, die Gedanken... ...kommt es dann darauf an, wie man sich selbst gibt. Und wenn man versucht, ähm, die Leute dann, hm, das denken zu lassen, was sie wollten und, ähm, nur an gezielten Stellen dann ganz, ganz vorsichtig ein bisschen Kritik einwendet, dann hilft es auch manchmal was. Und die Leute überdenken ihre Einstellung doch nochmal. Manchmal hilft auch einfach ein Streit mit den jeweiligen Leuten. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man eigentlich im Grunde mit Leuten dann auch wieder in Kontakt treten kann. Also, in Kontakt treten kann, dass, ähm, die vielleicht doch mal Vernunft annehmen oder so. Wobei es dann auch wieder Leute gibt, die absolut, was weiß ich, die unvernunschte Personen sind. Die, ähm, lassen sich nicht von einer Kette von logischen Schlussfolgerungen, ähm, überzeugen, sondern die sind dann einfach so extrem beharrlich. Die sucht sich dann, was weiß ich, ein Gliederkette, welches halbwegs unlogisch erscheinen könnte und, ähm, entkräftet es dann durch, ähm, hingeworfene Aspekte. Das, ähm, finde ich manchmal auch extrem schlimm, wenn Leute über, ähm, ja, einmal über Religion lästern. Und auch wenn sie selber versuchen, ihren Glauben, oder was heißt, ihren Glauben, irgendetwas ganz, ganz fundamental zu verteidigen. Ähm, ich finde nämlich zum Beispiel, wenn man sich die Bibel durchliest, dann muss man nicht meinen, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, dort, ähm, steht, was weiß ich, Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Dann sollte man das mal metaphorisch betrachten und nicht immer, ähm, so ganz extrem, ähm, versteift in der Form von wegen. Ähm, ja, ähm, und hat auf jeden Fall die Welt in sieben Tagen erschaffen. Scheißegal, was die Wissenschaftler sagen, was die Wissenschaft herausgefunden hat, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Besorgt Feuerholz von Mark in den Foges. Oh, das ist der dunkle Glorie. Also wahrscheinlich hier, ähm, beim Mistbel, wo die Schrift Mistbel-Sumpf ist. Ähm, das finde ich halt manchmal ziemlich krass, wenn da Leute so ankommen. Ich meine, ich, ähm, ziehe da gerne immer meine, ähm, Interpretation zum Beispiel jetzt von der Schöpfungsgeschichte ran. In der Schöpfungsgeschichte wird gesagt, ähm, zum Beispiel, gut hat die Welt so geschaffen, wie sie ist und sie, ähm, siehe, sie war gut. Er hatte Menschen und so weiter erschaffen als, ähm, Hüter der Welt und sowas. Das heißt, er hat im Grunde, ähm, die Verantwortung für uns, für die Welt, in der wir leben, an uns weitergegeben. Und wir so haben die Verantwortung, uns, ähm, in der Welt, ähm, ja, einmal einzurichten, aber auch, ähm, die Welt als das Geschenk, wie wir es bekommen haben, anzunehmen und zu pflegen und zu hegen. Also zu hegen und zu pflegen, so rum. Also, das ist meine Interpretation davon. Das heißt, dass jeder von uns quasi auch Verantwortung hat für die Welt, in der er lebt. In der Form, dass die, auch, ähm, in der nachfolgenden Generation der Menschheit, ähm, weitergegeben werden kann. Auch gut und gewisses weitergegeben werden kann. Ach, Skarlo-Code brauchen wir. Dann können wir hier dann eben nebenbei töten. Das kommt, wenn man zu viel redet, dann kriegen wir auch nicht mehr mit, was man für Köste annimmt. Verletzte Skarlo-Code. Und köstlicher Schnaps nochmal. Ich weiß gar nicht, ob wir den köstlichen Schnaps schon abgegeben haben. Nochmal verletzte Haut. Hm. Kann man die verletzte Haut verkaufen oder muss ich sie wegschmeißen? Die muss ich wegschmeißen. Gut. Ah, das ist jetzt immer so eine Sache. Das kann ein bisschen dauern, bis da eine unversehrte Haut bei rauskommt. Andererseits, wir haben ja auch noch 8 Minuten folgende Zeit. Was ich mir auch manchmal so überlege, ob ich nicht bald mal anfangen sollte, ähm, was weiß ich, etwas häufiger zu streamen. Streamen, ähm, bietet mir zumindest, ähm, rendertechnisch natürlich unglaubliche Vorteile, weil ich deutlich weniger rendern muss. Ich muss nämlich gar nicht rendern. Rendern übernimmt dann, ähm, Twitch für mich, wenn ich es über Twitch streame. Und es anschließend auf YouTube hohlade. Juhu, wir haben unversehrte Haut bekommen, Twitch. Ähm, das hat natürlich seine Vorteile, ne? Andererseits, ähm, kann ich zumindest Online-Spiele, kann ich schlecht aufnehmen, ähm, übern Stream, weil... mir, ähm, OBS momentan noch einen Hyping immer, wenn ich darüber, ähm, streame. Und Hyping ist gerade in Online-Spielen nicht so praktisch. Aber in Rollenspielen merkt man das vielleicht nicht so extrem, aber wenn ich manchmal so etwas wie League of Legends dann irgendwann mal Let's Play oder so... Dann sollte ich schon den Niedling-Ping dabei haben. So. Einmal rum. Und da ist der Archäologe. Dem war was beim besten. Eine Mutprobe nochmal. Ähm, Intelligenz-O-Ring. Und er hat noch eine Mutprobe. Nein, wilde Macht. Ah, wir haben den Rucksack voll. Und wir, genau hier am Lager gibt es ja keinen Verkäufer. Äh, ich mich ja gerade. Was ja ziemlich kacke ist eigentlich. Im Grunde ist das eines der großen Lager hier und bumms, ähm, haben sie hier keinen Verkäufer hingesetzt. Okay, reiten wir kurz rüber hier zum Reifortlager und... Ne, jetzt die Valisische Expedition ist doch nicht näher und dort können wir dann eben verkaufen. Ah, leicht nervig. Die Intelligenz können wir mit dem O-Ring der Heilung austauschen. O-Ring der Heilung. Da. Viel Intelligenz gibt nämlich mehr magischen Angriff als der O-Ring der Heilung an magischen Angriff gibt. Und wir kriegen noch ein paar Malerpunkte dazu. Auch wenn wir uns Malerpunkte fast nie brauchen. Wir werden sie mal brauchen, zeigt, dass wir sie auf jeden Fall zur Verfügung haben. So, hier ist eine fahrende Händlerin. Gucken wir mal, was sie zu verkaufen hat. Gar nichts. Weil wir uns alles nur abkaufen sollen. Kling, klimpa, 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 klimpa. Klima, klimpa. Das können wir wegschmeißen. Und klimpa, 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 klim Geht hier rüber an den. Und was hast du noch? Er hat seine Werkzeugkiste verloren. Werkzeugkiste müssen wir unten in der Narbe der Verzweiflung suchen. Nochmal. Okay. Wir gehen erstmal hier kurz ins schwarze Brett. Lebenskraft Vogelschwung federnd. Ähm, haben wir glaube ich nicht. Und das andere ist antike Energiekerne. Davon haben wir ja welche. Können wir einmal Cita geben. Zu... Ähm, wir haben dann noch fünf Kerne. Die können wir wegschmeisen. Ähm, wir haben noch vier Minuten. Das heißt, wir gehen noch schnell hier in die Narbe der Verzweiflung suchen. Nämlich schnell in die Feuer... äh, in die Werkzeugkiste. Und so aus dem Hirn heraus gewabbelt, dass ich da jetzt schon wieder absolut freie Gedanken habe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie irgendwann gesagt habe. Wenn man als Player einfach dabei hat, dass sich alle Gedanken ausprabbelt, dann sind die Gedanken einfach aus dem Gedankenkopf raus. Und man hat wieder Platz für, in erfolgsstrichen, vernünftige Gedanken. Also, all diejenigen, die manchmal vor lauter Gedanken den Kopf nicht mehr frei bekommen, folgt damit im Let's Playen. Könnt ihr alles rauslassen. Es gibt andere Leute, die sich das sogar noch anhören. Haha, das war jetzt ziemlich fies formuliert, aber... Es trifft schon irgendwo ein Kern der Sache. So. Dann haben wir die Werkzeugkiste, die können wir wegbringen. Und dann sind wir, glaube ich, auch so langsam am Ende der Folge angekommen. Dann geht's jetzt in den nächsten Folgen auf nach Dogamore. Boah, das wird auch noch richtig lustig werden dort. Da kann man wirklich Stunden über Stunden über Stunden verbringen. Vor allem, guckt mal, wie viele tausend Quests wir für Dogamore bekommen haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn Quests haben wir in dem Gebiet Dogamore. Das ist eine ganz schöne Masse. Könnt ihr mal gucken, wie viele Quests wir jetzt bis jetzt schon insgesamt erledigt haben. Ach, nur 505 Quests haben wir gerade mal erledigt. Der, der die meisten Quests hier erledigt hat, hat 4835 erledigt. So viele wollen wir auch mal erledigen. Na gut, aber bis wir da, ähm, angekommen sind, dauert es noch. Und, ja, wir haben jetzt 500 Quests in knapp 100 Folgen erledigt. 5000 Quests werden also dann in rund 1000 Folgen erledigt haben. Und bis dahin werden, ähm, noch deutlich mehr Quests hinzugekommen sein. Also, ihr könnt, seht schon, es wird ein Endlust-Let's Play werden. Vor allem, je weniger Quests es werden, desto aufwendiger wird es, ähm, alle Quests zu machen. Okay. Du hast noch eine Quest Energie Edelstein. Den kann man jetzt zu Cita bringen. Gut. Machen wir noch die paar Laufquests hier. Das Schwert der Legende. Cita möchte das nicht mit... Ah, wir müssen nochmal in die Nabel verzweifeln. Das werden wir aber dann in der nächsten Folge machen. Bis dahin wünsche ich euch was und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.